...berührt, dass Sie das sagen als Rehundsinspektor. Es ist meine Pflicht. Schauen Sie, mein lieber Herr, fest okay, fest okay, Herr, nicht wahr? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich lege keinen Wert drauf, nicht? Ich sperre auch. Sie werden Wert darauf legen müssen. Was werde ich müssen? Ihr Geschäft geschlossen halten müssen. Vorschrift. Moment, Entschuldigung, ich schau bitte, fühle mich, aber ich habe da ein bisschen den Schlaf im Gesicht, nicht? Ich habe alle bei Vorschrift. Spüren Sie sich nicht mit mir. Es handelt sich schließlich um den Geburtstag. Und an meinem Geburtstag mache ich, was ich will. An Ihrem schon aber. Aber heute ist heute mein Geburtstag, oder wem ist einer sonst? Heute ist der Geburtstag unseres Führers und Reichskanzlers. Und demzufolge haben laut Behördiger Verordnung sämtliche Geschäfte geschlossen zu bleiben. So einen Tag streicht man sich rot an, im Kalender. Ach so. Und ihr glaubt, ihr habt meinen Geburtstag rot angestrichen? Ich rate Ihnen, diesen Festtag gebührend zu feiern. Dann schau es für die Feiern, wenn man auf meinen Geburtstag pfeift, pfeift wie auf den Schickl-Gurus, einer Schalock!